Was geht ab, meine Siefer-Halter, Osiru und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 40. Wir sind schon beim 40. Team-Rating-Video und an der schon nochmal vielen lieben Dank an euch dafür, dass ihr das Ganze mitmacht, für euren netten Support und natürlich auch, dass ihr immer wöchentlich die ganzen Teams einsendet. Deswegen würde ich sagen, Dankeschön dafür, wie gesagt. Und wir legen direkt los mit dem ersten Team, denn das erste Team ist von unserem Boy Black Goku, Hashtag Team Osiru. Das ist mein Extreme Team, meine Rotation sehen so aus. Rotation 1, Tech-Freezer und Physisch-Cooler, sehr gute Rotation. Und die Zeit-Rotation in Kid Boon und in Buhan, schauen wir mal gleich, weil die geben sich keinerlei Key. Oder alle Androids um Super 17, hätte gerne Verbesserungsvorschläge. Alles klar, also die Rotation mit den Androids sieht schon mal oder hört schon mal ein bisschen besser an, aber wir gucken uns das Ganze mal an, wie gesagt, nämlich Boom. Wir haben hier das Team, es ist ein Extreme Team, also ein Villains-Team. Jeder Charakter gehört zum Niederskill, wollte gerade Kategorie sagen, aber gehört zum Niederskill, denn es sind Villains und wir wissen ja, Freezer geht in Extreme Class-Karak, die ihren Keyplus-Reihe auf 400 mit 120 Prozent. Deswegen haben wir hier schon mal 6 von 10 Punkte. Alle sind Max-Level-Max-Erwake richtig, 8 von 10 Punkten an der Stelle. Alles klar, was gibt es zu sagen? Du hast ja auf jeden Fall in diesem Team eine Rotation, die benutzt du immer. Das ist nämlich Freezer und Cooler. Die teilen sich 6, links geht's, die sind auf jeden Fall gut gedeckt. Jetzt die andere Rotation die Frage. Du fragst quasi, soll ich Kid Bu und Bu Han in einer Rotation halten oder Super 17 mit den LR Androids? Du merkst schon, das sind 3 Rotationen. Deswegen würde ich euch erstmal ausvorheben, immer sagen, entscheidet euch für 2 Rotationen. Nehmt einen Rotationscharakter mit, der quasi ein Supporter ist in irgendeiner Art und Weise und noch einen, der entweder individuell stark ist oder auch eben so ein supportlastiger Charakter ist, sei es mit Stunstiel etc. Heißt, wir werden uns erstmal auf jeden Fall das Team ein bisschen umstrukturieren. Wir müssen uns erstmal darauf einigen, welche 2. Rotationen wollen wir zu der, die wir schon haben, nämlich Freezer und Cooler. Naja, Kid Bu und Bu Han, Kid Bu und Bu Han, die teilen sich gute Link-Skills, die ihren Angriff boosten. Außerhalb davon keinerlei Key, denn Kid Bu hat in seinem Setup kein Link-Skill, der ihm Key gibt. Da ist das Problem an Kid Bu, heißt, die Kid Bu Bu Han-Rotation, da wird es schwer sein, auf beide Ultis zu kommen. Denn wir sind hier in einem Freezer-Team und nicht in einem Rosé-Willen-Team. In einem Rosé-Willen-Team würde das Ganze ein bisschen anders aussehen, weil wir durch Rosés Passive Key Plus 3 bekommen. Hier ist das nicht der Fall. Auf der anderen Seite, also Super 17 und Androids, funktioniert da ein bisschen besser in der Hinsicht, dass die Key bekommen und auf die Ulti kommen. Aber schauen uns erstmal die Kalklist an, was könnten wir denn überhaupt ändern? Nun ja, meine Freunde, wir haben jetzt zum einen Int Metal Cooler, das ist ein sehr guter Supporter, wäre ein sehr guter Rotationscharakter. Er gibt Extreme Class verbindeten Key Plus 2 und jeden quasi ansonsten auf den Angriff. 30% sollten das sein, 30% oder 25%, werden wir uns gleich ansehen. Außerhalb davon haben wir Full Power Freezer und zum Beispiel Golden Freezer. Heißt, wenn wir mal rüberschauen in Dokkan Battle Builder mit den Graphen, dann werden wir uns das Ganze ein bisschen veranschaulichen. Wir haben ja wie gesagt unsere Hauptrotation, wir haben hier Freezer und Cooler und für die andere müssen wir uns hier entscheiden. Metal Cooler, wie gesagt, gibt jeden Verbündeten auf den Angriff 30% und Extreme Class Verbündeten Key Plus 2. Alles klar. So. Welche Rotation wählen wir? Nun, es liegt jetzt quasi erstmal an dir. Ich weiß nicht, wie wichtig dir die Rotationen sind, ob du unbedingt Super 17 spielen willst oder Androids oder Kid Buu und Buu Han. Deswegen werde ich dir mal ein paar Vorschläge geben. Nehmen wir mal an, du nimmst Super 17 und alle Androids Rotationen. Du wählst diese Rotationen, dann hast du in der ersten Freezy und Cooler und die zweite ist diese folgende Rotation. Dann würde ich quasi auf die Charaktere verzichten, auf Kid Buu und Buu Han, würde Intmetal Cooler als Rotationscharakter mitnehmen, als Supporter und ein Rotationscharakter würde uns fehlen. Da würde ich mich beispielsweise für einen Tank entscheiden, mit Golden Freezer beispielsweise. Kann man so machen. Alles klar. Wenn du da jetzt aber sagst, ne, ich will unbedingt Kid Buu und Buu Han spielen, dann, mein Freund, dann musst du wirklich darauf schauen, dass deine Rotationscharaktere Key geben. Heißt, ich würde Metal Cooler auf jeden Fall mitnehmen als Rotationscharakter. Also wenn wir das Ganze mal so machen, dann würde das nämlich so aussehen. Boom, boom. Erste Rotation, zweite Rotation. Und dann würde ich noch einen Supporter mitnehmen, weil hier fehlt wirklich Key. Und wir wissen ja, der Friend ist ja auch noch der Attack Freezer, der gibt auch keine Key. Heißt, ich würde beispielsweise noch, du hattest den Waterloo und Piccolo, den mit reinnehmen. Denn dieser gibt Extreme Classable und Key plus 3 auf den Angriff 25%. Heißt, wenn du jetzt Buu Han und Kid Buu unbedingt spielen willst, dann nimmst du als Rotationscharakter Piccolo rein und Metal Cooler. Wenn du auf Buu Han und Kid Buu verzichten kannst, dann könntest du aber auch zum Beispiel Golden Freezer und Full Power Freezer in einer Rotation spielen. Du könntest einen Rotationscharakter mitnehmen, Supporter in Metal Cooler und Super 17 zum Beispiel als Rotationscharakter, der individuell auch solide ist und seinen Job auf jeden Fall gut macht, wenn er rein und raus kommt. Also im Endeffekt, um es zusammenzufassen, liegt es bei dir, die Hauptrotation haben wir, Freezer und Cooler. Wählst du Super 17 und die Androids, dann kannst du Metal Cooler zum Beispiel mit reinnehmen als Rotationscharakter und dann zum Beispiel noch einen anderen individuellen Rotationscharakter, der seinen Job auch gut macht, beispielsweise Golden Freezer. Nimmst du Buu Han und Kid Buu, dann nimm auf jeden Fall hier mit rein die zwei Supporter. Dann würde das Ganze so aussehen, wenn du quasi auf Buu Han und Androids verzichten kannst, die Rotation, dann kannst du zum Beispiel auch mitnehmen Golden Freezer, Full Power Freezer und an der Stelle Super 17 als Rotationscharakter. Das heißt, ich habe dir ein paar Vorschläge gegeben, weil ich nicht wusste, auf wen du quasi, wen du quasi spielen willst, wen du auf jeden Fall spielen willst, sei es die Androids und so und so fort. Deswegen aber, ihr merkt auch schon, deswegen merkt ihr auch schon, in so einem Extreme Team oder Villainsteam hat man sehr viel Auswahl. Da liegt es auf jeden Fall an euch selbst, wie ihr die Rotation gestalten wollt. Daher, ja, gab es ein paar, ein paar, ein paar mehrere Vorschläge, sag ich mal, von mir. Und lasst euch aber auf jeden Fall wissen, für was du dich entschieden hast in den Kommentaren. Würde mich echt interessieren. Und genau, deswegen, soviel dazu und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Team. Denn das nächste Team ist von unserem Boy Blackwind994. Lieben Dank für die Einsendung und zwar schreibt uns unser Boy. Hashtag Team Oseru. Moin, was geht ab? Ich bin ein Spieler mit Dream of Gods Team, aber ich will auch mal mein Heroes Team probieren. Ich habe es getestet und das Team finde ich gut, aber ich habe so ein Gefühl, dass ich es ändern muss, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist quasi Classic, denn in so einem Villains und Heroes Team, wie gerade eben gesagt, hat man sehr viel Auswahl. Und da kann es mal sein, dass das eine oder andere einem so vorkommt, als würde es nicht stimmen, obwohl eigentlich alles stimmt. Hast du ein paar Verbesserungsvorschläge für mich? Schauen wir mal. Wenn ja, würde ich mich freuen. Danke im Voraus und führe Glück bei deinen zukünftigen Summs. Vielen Dank dir ebenso. Hashtag Growth to 20k. Danke, mein Freund. Dankeschön. Okay, und zwar haben wir, wie gesagt, ein Heroes Team. Super Saiyan Goku ist der Leader. Er gibt jedem Key plus 3 auf jeden Fall noch 120%. 6 von 10 Punkten. Alle gehören zum Leader Skill. Alle sind Max, Max Awak, 8 von 10 Punkten. Alles klar, Freunde. Wie gesagt, zum Beispiel in der Konstellation hast du eine Rotation Ele, Vegito, Ele, Gogeta. Und ich zeige dir zum Beispiel Tech, Vegito, Blue mit Super, Gogeta. Warum? Sie haben Ovener Flash, sind Fused Charaktere, Fused Sighter, Fused Battle und ein Super Saiyan. Alles klar, alles schön und gut. Wobei quasi dem einen oder anderen eine Frage kommt oder der ein oder andere sich vielleicht frägt, ja, vielleicht kann man dann noch was besser machen im Heroes Team oder Willens Team. Vielleicht geht noch das oder jenes. Freunde, wie gesagt, das Team, das funktioniert, mein Freund. Das ist ein sehr schönes Team. Damit bist du auf jeden Fall gut gedeckt. Aber wenn du mal die Charaktere ansehen, dann hast du noch weitaus, also bessere nicht, aber weitaus gute weitere Charaktere, Heroes Charaktere. Und da stellten sie wahrscheinlich den einen oder anderen die Frage, hm, was mache ich da? Meine Freunde, ihr könnt da wirklich vieles machen. Denn ihr habt, ihr merkt es schon, Luxusprobleme. Der eine oder andere wahrscheinlich. Denn unser Boy hat ja noch zum Beispiel LR Super Saiyan 3 Goku, LR Trunks, Super Saiyan 3 Angel, Goku, Super Saiyan 4 Goeta, 100% Kevlar, Super, Vegito, Physik. Der hat die alle nicht im Team. Wir haben ja auch nur begrenzt Platz. Das heißt, an der Stelle liegt es immer an euch. Wählt euch vor allem bei einem Heroes- oder Villains-Team eine Thematik. Wollt ihr zum Beispiel, oder bevor ich darauf eingehe, manchmal macht man eigentlich immer gerne, man klatscht einfach alle LR rein. Das passt nicht immer. Das passt nicht immer, weil die LR haben nicht immer dieselben Links-Skill. Zum Beispiel, unser Boy hat ja noch kein LR Super Saiyan 3 Goku im Team oder LR Super Saiyan Chunks. Super Saiyan 3 Goku ist wirklich einzigartig in der Hinsicht, dass er immer die Ultra Super Attack starten will und dafür braucht er auf jeden Fall Over in der Flash. Heißt, wenn wir hier zum Beispiel Super Saiyan 3 Goku reinpacken, dann hätten wir zum Beispiel Star Attack, Vegito Blue, Ui Goku und Super Vegeta mit Over in der Flash. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel alle LR drin haben wollen, dann hat das LR Vegito, LR Goeta und LR Trunks nicht. Deswegen, jetzt zurück zu der Thematik. Wählt euch die Thematik aus. Beispielsweise, wenn du jetzt zum Beispiel ein Over in der Flash Team bauen willst, um eben LR Super Saiyan 3 Goku zur Schau zu stellen, dann nimmst du LR Super Saiyan 3 Goku rein, Super Vegeta nimmst du rein, Angel Super Saiyan 3 Goku nimmst du rein, Super Saiyan 4 Vegeta nimmst du rein, Keck Vegito Blue nimmst du rein, Ui Goku nimmst du rein. Dann hast du ein schönes Team, was sich um Super Saiyan 3 Goku dreht. Willst du ein Team, wo du quasi viele deiner guten Charaktere verwerten willst, dann ist das Team, dann kommt das Team schon dem eigentlich recht nah. Könntest du zum Beispiel noch Ui Goku raushauen für Super Saiyan 4 Vegeta, weil der hat noch Super Saiyan. Oder ist auch ein Fusion Charakter, der Fused Fighter hat. Heißt, wenn du zum Beispiel dein Team um die Fusion Charaktere drehen willst, dann klatscht du quasi die Fusion Charaktere rein, ob egal, Potara oder Fusion, wenn es in den Heroes bekommt, dann hast du einen Hero Leader Skill. Also könntest du reinhauen, Füße ich Super Vegito, Vierfah Goeta, Tag Vegito Blue, Kevlar, Super Vegeta und 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 Freunde. Heißt, mein Freund, du hast eigentlich im Endeffekt alles richtig gemacht, musst du dir keine Gedanken machen. Man hat halt quasi Luxusprobleme in der Hinsicht, dass man sehr viel Auswahl hat. Und deswegen habt ihr keine Scheu, probiert immer die Teams, auf die ihr gerade Bock habt, nehmt die Charaktere vor allem in ein Villains- und Heroes-Team rein, auf die ihr gerade Bock habt und dann seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt. Okay, soviel dazu. Das nächste Team ist hier an der Stelle von unserem Boy Boozer. Boozer lieben Land fürs Einsenden. Und zwar schreibt uns unser Boy, Hashtag Team Osiru, kannst du mein Potara-Team bewerten? Spiele Free-to-Play. Dein Smiley, dein Smiley sagt mir schon was. Ja, jetzt passt mal auf, Freunde. Und zwar, nämlich, unser Boy Free-to-Play. Ah ja, der hat nur die Kartenliste eingesendet. Das ist unser Boy Free-to-Play. Okay, Boozer. Zum einen sehe ich, du hast noch 148 Zons. Rast damit, Rast damit. Free-to-Play-Spiele, alles Zons raushauen. Nein, Spaß. Free-to-Play-Spiele. Ja, spart eure Spawnstones immer darauf, wo ihr quasi Summonen wollt. Außerhalb quasi von dem Side-Joke haben wir hier ein Free-to-Play-Team von einem Free-to-Play-Spieler. Also, Free-to-Play-Team nicht, sondern wir haben hier ein Team von einem Free-to-Play-Spieler, um es besser zu sagen. Weil das Team sind quasi keine Free-to-Play-Charaktere. Aber ja, da er ein Free-to-Play-Spieler ist, hat er quasi dieses Team und kann von sich behaupten, ja, das ist mein Free-to-Play-Team in Anführungsstrichen. Das sind aber kleine Free-to-Play-Charaktere, um es mal quasi, weil vor ein paar Tagen oder so kam ich mal auf so einen Kommentar, so in etwa, hey, ich bin doch Free-to-Play, das ist mein Free-to-Play-Team. Wenn ich Free-to-Play-Teams vorstelle, dann meine ich quasi, dass die Charaktere auch Free-to-Play sind. Außerhalb davon hat unser Boy ein Free-to-Play-Spieler, 100% LL Vegito. Hat es sehr viel Glück, da wird der eine oder andere wahrscheinlich leidisch sein. Ich gratuliere dir, anyway. Wir haben ja ein Protara-Team, LL Vegito ist der Leader, dann haben wir Physisch Super Vegito drin, Tech Vegito Blue, Goku Black LL, Rosé und Supporter Vegito. Goku Black, Rosé, also LL Goku Black und Rosé-Strength in einer Rotation. Andere kann zum Beispiel lassen Tech Vegito Blue mit Physisch Super Vegito. Oder wenn du Bock auf hast, dann LL Vegito kannst du ihn auch irgendwo mit reinpacken, zum Beispiel mit Physisch Super Vegito. Und wir haben einen Supporter-Rotations-Charakter, Tech Vegito. Und Freunde, um es kurz zu sagen, das ist das beste Protara-Team. Das heißt, unser Boy hat ja an der Stelle 10 von 10 Punkten. Gratuliere dir. So sieht das beste Protara-Team aus mit einer Rotation, die ich euch gerade genannt habe. Eigentlich hält man Physisch Super Vegito mit Tech Vegito Blue in einer Rotation und LL Vegito Black mit Schenk für Rosé. Aber ihr könnt auch LL Vegito zum Beispiel mit Physisch Super Vegito halten, denn die haben Prepaid for Battle. Und da sind sie auf jeden Fall sehr gut gedeckt. Und ja, 10 von 10 Punkten ja an der Stelle. Und an unsere Boy für sein optimales Protara-Team. Und ich meine, es kam kein weiterer ausschlaggebender Protara-Charakter hinzu, der quasi diese Konstellation ändern würde. Deswegen passt es auf jeden Fall so, dass das das beste Protara-Team ist. Und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Team weiterhin. Alles klar. Und das nächste Team ist von unserem Boy Fapsi20. Hashtag Team Oslo. Ich habe den neuen C-17 im ersten Multi gezogen. Gratuliere dir. Und wollte dich fragen, ob du mir mein Team angucken würdest und mir Verbesserungsvorschläge machen könntest und mir noch sagen könntest, welcher Charakter ich noch für das Team bräuchte, die ich noch nicht habe. Danke schon im Voraus. Kein Thema. Machen wir auf jeden Fall. Die Tage, Freunde, wird euch auf jeden Fall auf euch noch zukommen. Ein Android-Team-Build-Guide auf beiden Versionen JP und Global. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Heißt, wir werden heute im Team-Rating-Video mal einen kurzen Vorschau sehen, darauf, wie ein Android-Team aussehen könnte. Unser Boy hat C-17 gezogen. Er hat quasi hier ein Android-Team. Er hat all seine Android-Charaktere in das Team verpackt. Jeder gehört zum Niederskill. 6 von 10 Punkten. Wir alle sind aber nicht Max-7, nicht Max-Awaiting-Blackness vorerst bei dem 6 von 10 Punkten. Wenn wir uns die Charakterliste mal ansehen, dann sehen wir an der Stelle Android-Charaktere gibt es einige wenige. Ihr braucht aber auch schon die richtigen. Beziehungsweise gibt es aber auch gute Free-to-Play-Varianten, wie zum Beispiel Free-to-Play in C-17. Aber Logo, den kann man nicht mit reinnehmen, wenn man selbst C-17 als Leader hat. Aber halt, habt ihr C-21, dann könnt ihr ihn reinnehmen. Warum kann man ihn nicht reinnehmen? Sie haben denselben Namen. C-18 ist auch eine Free-to-Play-Variante zum Beispiel. Die könnte man auch nehmen und C-21. Freunde, alle, die ein Android-Team bauen oder ein Android-Team bauen können, holt euch Free-to-Play-C-21. Ich habe mir in meinem News-Video gesagt, zu der ganzen Kampagne, wie ihr sie holt, auf was ihr achten müsst, wie ihr sie hoch, ja quasi, ja, bekommt. Wie könnt ihr sie skillen? Aus vorweg, da sie ein Supporter ist, habe ich sie auf Level 20 Dodge gebracht, Level 3 Crit und Level 3 Additional Attack gebracht. Warum? Ich habe da ein bisschen vorausgeschaut. Sie ist zum einen nur ein Supporter, sie macht da soliden Schaden, aber falls mal die Super Battle Road-Kategorie reinkommen sollte, für die Androids, die Stage für die Androids, dann habe ich mir gedacht, wird sie wahrscheinlich ein Hauptbestandteil im Team sein, weil sie ist wirklich ein sehr guter Supporter, holt sie euch deswegen schon vor allem, weil sie wirklich ein guter Relationscharakter ist für das Android-Team und deswegen, weil ich quasi so vorausgeschaut habe, habe ich mir gedacht, ich will, dass sie so wenig Schaden wie möglich bekommt, sei es an sich in irgendeinem Kampf oder in den Super Battle Road, wenn da die Kartorie reinkommt, die Stage dazu, deswegen habe ich sie in ihr Level 20 Dodge gegeben und 3,3 Edition Attack und Crit, da sie auf jeden Fall von beiden mehr etwas verwerten kann. Okay, außerhalb davon, wie sieht das ganze Team aus? Nun, du hast zwar Super 17 reingetragen, deine LR Androids, C-17 als Leader, C-16, C-18 AGL würde ich auf jeden Fall schon mal direkt ändern, wir haben auch noch die physische Charaktere, denn C-17 gibt ja auch den physischen Charakterien-Einboost, nämlich super physisch Charakterien gibt der Key Plus 3 auf jeden Fall 90%, das solltet ihr nicht unterschätzen, heißt, wir haben hier quasi folgendes Team, ich habe natürlich jetzt alle Charaktere darauf betrachtet, dass sie vollends Awaked sind, die AGL C-18 würde ich auf jeden Fall raustun, für Tech C-18, sie ist auf jeden Fall solide, sie legt sich besser mit unserem Boy C-17, einzige Linksteel bei dir ohne Awaking wäre Shatting the Limit, das wäre nicht schlimm, das hat eine C-17 eh nicht, und ich glaube, ich meine, das Event ist momentan schon offline, heißt, du müsst ein bisschen warten, bis du sie wieder Awaken kannst, du kannst sie trotzdem spielen, sie macht den Job gut als Awk-Changer, kannst sie in einer Rotation halten mit C-17, die andere wäre zum Beispiel Super-17, und LR-Androids, die teilen sich wirklich gute Linkskills, die haben Nightmare Shopping Speed und Fear and Fate, das ist auf jeden Fall sehr gut gedeckt, C-21 als Rotationscharakter, als Supporterin, und ich habe hier noch, statt C-16, weil C-16 hat nur seine Damage Reduction, wenn er einen typen Vorteil hat, habe ich hier physisch Pan reingehauen, warum, zum einen bekommt sie den physischen Leader-Skill, zum anderen, warum habe ich mich zum Beispiel nicht für den Super Saiyan Gohan entschieden, nun, denn Pan hat Fierce Battle, in beiden Hotationen ist nicht Fierce Battle vertreten, weder für Super-17 noch für C-17, deswegen habe ich mich für Pan entschieden, sie macht ihr Job auf jeden Fall auch solide, als Support-Charakter, hat auch noch Battlefield Diva zu meinen, für die Battlefield Diva-Charaktere, aber außerhalb davon, Freunde, wie könnte denn ein Android-Team momentan auf Global aussehen, nun, wir wissen ja, wir haben zum einen C-17 als Android Leader, und C-21, C-21, K-3, 150 auf alles, C-17 hier an der Stelle, 170 auf Angriff und HP, und auf die Verteidigung 130%, aber, gibt noch 40 Super-Füßschlag, den HP hat einfach 90%, auf Global könnte das zum Beispiel so aussehen, wir haben den neuen C-17, wir haben mit C-16 in einer Routation, sie teilen sich hier drei Linkskills, Android Assaults, Rival Duos, wichtig, und Fierce Battle, alles klar, sie teilen sich zwar keine Key, das ist aber nicht schlimm, denn C-17 gibt ja durch seine Passive Key plus 3, also auf die Ultis kommen sie, andere Routationen haben wir hier, Super-17 mit Perfect Cell Strength, hey, warum, denn dieser Boy, den sollte man nicht unterschätzen, sie teilen sich zum einen, Shorten Speed, Fierce Battle, und ja, Nightmare, das sind gute Links jetzt, die sie mitnehmen können, Perfect Cell sollte man auch nicht unterschätzen, bekommt 100% auf seinen Angriff, die Routation könnt ihr spielen, und dann haben wir zum Beispiel als Routationscharakter C-21, oder es sei denn, ihr wollt C-21 mit Super-17 spielen, oder mit Perfect Cell, das könnt ihr auch machen, dann tut ihr natürlich ein, der drei hier rausrotieren, aber ganz, ganz wichtig, die Supporterin, denn sie gibt Android-Charakteren, Key plus 3 auf Attack und Def 30%, so meine Freunde, warum habe ich mich jetzt hier quasi für den Strength Cell entschieden, und nicht für den Tech Cell, nun, solange der Tech Cell sein ESA nicht hat, würde ich mich auf jeden Fall für den Strength Cell entscheiden, denn, der hat zum Beispiel, der linkt sich zum Beispiel schlechter als der Strength Cell, und der Strength Cell ist in dem Chart, das noch ohne ESA von dem Tech Cell besser, aber wenn das ESA früher oder später reinkommt, ich denke nicht, dass es irgendwann zeitnah kommt, das nächste wird er sein von Full Power Freezer, weil für Tech Cells ESA fehlt die Future-Kategorie, denn die ist effektiv gegen ihn, okay, aber wenn ihr Tech Cell habt, dann könnt ihr natürlich spielen, ja, dann könnt ihr natürlich spielen, dann aber wahrscheinlich wohl eher mit C1 Suns in der Rotation, da fehlt es ja auch Key, aber das müsst ihr dann quasi durch die Supporterin dafür aussorgen, außerhalb davon könnt ihr natürlich auch, wenn ihr dieses Team nicht habt, könnt ihr natürlich C18 rein tun, wenn ihr C18 nicht habt, statt C16, und so, dann sofort, Freunde, ihr könnt auf jeden Fall gut was machen, und vor allem, hier den sollt mich beschätzen, Hellfighter 17, in einer Rotation mit Super 17, teilen sich sechs Linkskids, den könnt ihr auf jeden Fall auch verwerten, aber wenn ich mich quasi aus dem Pool, die wir gerade haben, aus Global, würde ich mich für so ein Team entscheiden, was wirklich sehr gut aussehen könnte für ein Android-Team, außerhalb davon, wie gesagt, wäre es das für das heutige Team-Rating-Video, demnächst wird euch ein Android-Team-Build-Guide auf jeden Fall noch auf euch zukommen, für beide Versionen, auf JP und Global, denn auf JP haben wir noch LSL, deswegen werden wir da ein bisschen auf jeden Fall Spaß haben, bis dann, hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen, wenn ja, gebt den ganzen Tag ein Like, und wir sehen uns das nächste Mal, Peace. Outro Outro